ich bin hier gerade das video am schneiden ist ein kleines infovideos guckt euch auf jeden fall an alle die im laserclan sind und die auch clash of flair spielen können gerne den klaren beitreten gönnt euch das video und dann würde ich sagen tschau bis zum nächsten mal und dann würde ich sagen tschau bis zum nächsten mal